hallo ihr lieben so ich hatte ja am sonntag diese eyeshadow palette ich habe sie schon verpackt euch vorgestellt also die fresh nude collection von catrice und da waren mehr als eine frau daran interessiert also gibt es eine verlosung und die verlosung findet jetzt nicht wie üblich also wie ich das vorher gemacht habe mit so zettelchen lostopf etc sondern wir leben ja in einer welt der technik und ich werde meinen computer benutzen noch mal vielen dank alida vom kanal family for life bei der habe ich das nämlich gesehen und ich hatte sie gebeten am sonntag ob sie angeschrieben kannst du mir mal sagen was das für eine app ist und sie war so lieb und hat mir sofort geantwortet weil die jungen frauen sind ja doch ein bisschen taffer mit der technik und haben da sind da schneller unterwegs also noch mal vielen dank liebe alida dass du mir so schnell geantwortet hast und ich jetzt nicht die arbeit habe und mir die zettelchen zurechtschneide bla 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 also wird jetzt der computer wird jetzt über die gewinnerin entscheiden also das ist ein random comment picker dot com so also noch mal bevor ich anfange es geht ja relativ fix ich sitze jetzt hier nicht zehn minuten und lese vor ich habe ein totales problem heute es ist ein scheiß tag man bereitet als youtuber besonders wenn man drei videos die woche hoch also hochlädt online stellt die videos auch vor weil das relativ lange dauert bis die hochgeladen sind und ich hatte blöderweise letzte woche man hat dann so ein creator studio und dann macht man das thumbnail um schreibt die keywords rein und ich hatte das blöderweise das haben wir so nur wie youtuber ihr habt das nicht also wie ihr die filme reinstellen hatte ich das veröffentlicht und wollte meine änderungen speichern auf einmal war das online und ich hatte sofort aufrufe dachte ich mir was ein scheiß mist dann habe ich das ganze ding wieder zurückgenommen dann schrieben mir auch schon einige gesagt man ich kann das video gar nicht mehr sehen es fing an und dann war schluss so ich hatte das zurückgenommen und dachte naja jetzt lade ich das das war für heute vorgesehen geplant jetzt lade ich also ne ich stelle das online nicht hochgeladen war es ja schon jetzt ist das ding drei tage in der warteschleife lag das schön bei youtube und ich habe schon mit einigen mädchen also quatsch ich habe schon mädchen mit einigen frauen auf instagram kommuniziert die franziska und die petra danke das wurde überhaupt nicht angezeigt das ding also nichts ist älter auf youtube als ein video vom vortag jetzt habe ich den salat ich habe also ein dm haul september video vor letzte woche gemacht und hatte das das war ist mein fehler da kann kein anderer was dafür aber aus fehlern lernt man das heißt ich bin ein bisschen genervt dass das video kaum angezeigt wird höchstens den damen die mich mit dieser glocke aktiviert haben nun denn anyway ist halt so dass mein tag heute so fing der an und schlaf bin seit drei bin ich auch schon wach ne also ich habe echte schlafprobleme keine ahnung woran das liegt gut so also die palette mit special mascara und nagellack in so einem petrolgrün ich habe es die url eingegeben und jetzt sucht er sich ach so übrigens die nicht an der verlosung teilnehmen wollten die kommentare musste ich natürlich entfernen weil das wird jetzt alles er sucht sich jetzt die ganzen kommentare raus und ich habe jetzt hier 18 teilnehmer und die anderen musste ich sonst wären die auch mit in diesen topf hier gekommen und jetzt starte ich die ganze geschichte so der liebe der rödelt jetzt hier der rödelt 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 and the winner is simone kranz simone kannst lesen weiter zurück simone kranz ja wie schön simone du musstest mir dann mal deine adresse schicken und dann dich irgendwie mit mir in verbindung setzen über instagram wir haben ja wir kommunizieren ja so ein bisschen miteinander und dann schicke ich dir das gerne zu freut mich sehr so ihr lieben ich werde jetzt nur mal dieses video dieses dieses dm haul video september hier verlinken dass es weil dass es mit heute also mit dem heutigen angezeigt wird und schön dass ihr daran teilgenommen habt ihr lieben ich wünsche euch den allerschönsten sommertag wir haben ja noch mal so zwei tage ich habe gehört in den nachrichten dass die hitze konzentration europas in deutschland liegt wir haben es noch mal richtig richtig heiß glücklich diejenigen die an der ostsee leben oder die in der nähe eines sees leben also eines gewässers dass man mal schwimmen gehen kann genießt die letzten sommertage es sind glaube ich noch zwei und wie immer habt einen tollen tag ich wünsche euch das beste seid gut zu euch und bis bald ciao